ja hallo und ganz ganz herzlich willkommen zu einer weiteren runde warcraft 3 ich bin ram und heute spiele ich ein 1 vs 1 habe random gewählt und human bekommen mein gegner spielt human ja und wir treffen auf der map amazon aufeinander ja nicht gerade eine meiner lieblingsmaps die axel ist relativ weit weg ist auch ziemlich stark bewacht durch ein stein golem und somit werde ich hier auf jeden fall keine fast axel spielen gegnerische human wird wahrscheinlich auch erst mal versuchen zu bieten und somit wird es höchstwahrscheinlich erst mal ein relativ ruhiger beginn hoffe ich jedenfalls kann natürlich auch sein dass er aber ein human tut das eigentlich eher selten mehr arbeit arbeit an die mine bereit zur arbeit als first hero den art match ja wurde ich ja letztens auch gefragt welches mein lieblingsheld ist also ich denke eigentlich ist es der bledemaster aber bei human ist es ganz eindeutig der art match arbeit ist verbracht bereit zur arbeit und ich baue vorsichtshalber doch mal ja mein lober ein tower und ich bin zu viele in der mine einsatzbereit nun macht schon so na gut arbeit ist verbracht arbeit ist verbracht nun macht schon bei der einleitung erzähle ich ja relativ viel oder versuche es zumindest ist und da schlägt sich dann auch schon mal so ein kleiner fehler ein richtig ja weiter auf jeden fall ist eigentlich der haupt wenn ich das hegelwerk gebaut habe ja mein lord nun macht schon ja dann wäre es mal mehr arbeit befehle was ist das diesmal ist close of attack mehr arbeit dazu die stülpen der ogre stärke da unten folianter beweglichkeit alles in allem ok sag ich mal da bin ich ja mal gespannt den handschuh kann ich nachher dem mountain king geben und close of attack nehmen wir ja nehmen wir immer sehr sehr gerne nächsten kleinen creep nun macht schon sieht es auch vorsichtshalber aus sagt das zauberwort bereit zur arbeit einsatz bereit die schlägt mal runter befehle ob der gegner schon expandiert hat da bin ich ja mal gespuckt Forschung abgeschlossen arbeit ist verbracht bereit zur arbeit noch mal ein zolz nun macht schon einsatz bereit was braucht ihr hat dann noch eine hilfe und ab in den tag was ist das diesmal was ist das diesmal ja im human mirror gibt es eigentlich eine menge möglichkeiten wie man das ganze spielt entweder halt wirklich man spielt die fast exe oder man spielt mass rifleman dann gibt es noch die variante dass man auf tier 2 techt und dann mass spellbreaker spielt oder man versucht halt auf tier 3 durchzukommen und dann immer noch einer zu viel in der mine und dann halt mit knights griffen ja priester mit inneren feuer und so weiter und so fort das ist eigentlich mittlerweile meine bevorzugte strategie geworden bei human es sei denn halt ich spiele eine fast exe ich kann es kaum erwarten aber ansonsten ja spiele ich im moment sehr sehr gerne tier 3 units was ist es diesmal sag das zauberwort da bin ich ja mal gespannt was braucht ihr der gegner hat sich noch nicht anders er ist wahrscheinlich auch froh dass ich noch nicht um die ecke geguckt habe aber das ist halt so ein typisches human mirror nun macht schon und dann verlieren wir auf die möglichkeit da kann ich mir das was vorstellen unsere streikkräfte werden angegriffen was ist denn diesmal was ist denn diesmal Arbeit ist vollbracht ja viel sehen konnte ich da jetzt nicht Arbeit ist vollbracht da bin ich ja mal gespannt jetzt gehe ich erstmal weiter auf Rifleman ich kann es kaum erwarten ich kann es kaum erwarten was ist hat er ja eben noch nicht expandiert das heißt entweder fehlt da wirklich Masse oder attack jetzt muss ich dir erstmal seine Miene freizufügen fett ist durch also Mountain King in Auftrag ah der macht man da kommt ab ein großer Unterwunderheitshang und das Foliante habe ich auch jetzt muss ich zusehen dass ich bin ich ja mal gespannt alles zu retten kann alles zu retten kann alles zu retten kann was ist das diesmal ok doch jetzt mal lieber er hat schon ausgeholt zum Bolt ich bin schon abgeschlossen alles klar alles klar ja mein Gott ja mein Gott ne der eine Rifleman noch gefallen aber gut er hat schließlich mal im Arkmage den allerwertesten gerettet ich kann es kaum erwarten ich kann es kaum erwarten also war sein Tod nicht umsonst nun macht schon aber wir haben es gesehen er hat den Mountain King fast gespielt und ganz normal Fruities Rifleman da bin ich ja mal gespannt also bis jetzt nichts außergewöhnliches ihr braucht meine Hilfe jetzt mach ich meine Mine frei das ist ja mal gespannt genial kürzlich das ist ja mal gespannt das ist ja mal gespannt Was ist das diesmal? Arbeit ist voll klar. Forschung abgeschlossen. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, so sieht das mit der Miene aus. Wenn das Hauptgebäude halt den richtigen Abstand von Miene hat. Also den, wo man es bauen kann. Okay, dann sollte man es versuchen. Fünf Arbeiter in der Miene zu haben. Also bei vieren dauert das alles ein bisschen lange. Bringen sie zu wenig Gold zurück. Und alles was über fünf ist. Ja, da blocken sie sich eher. Also es bringt auf jeden Fall überhaupt nichts. Den hat er gerade. Gehe ich nochmal runter zu seiner Exe. Ich komme um dieses Land zu läutern. Ich dachte, er würde es jetzt machen. Perfekt. Ah, damit. Mehr Arbeit? Ja, die kann ich alle zurückziehen. Nun macht schon. Das bringt nichts. Wartet, bis ihr mich in Akzeption geht. Das Söldnerlager. Ich kümmere mich nicht mehr. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Das wäre mega, ja gar nicht. Das Gemätschen kann beginnen. Hi, Sir. Hi. Also jetzt war ich schon mal runter zu. So, und jetzt shoppen wir ja jetzt mal. Wartet, bis ihr mich in Akzeption geht. Hier ist möglicherweise ein sehr schönes Item für meinen Mountain King. Ich kann es kaum erwarten. Gut, ein paar Arbeiter sind sogar entkommen. Aber ich gehe jetzt erstmal auf den Anruf rüber. Mal sehen, wie er sich da so schlägt. Aber ich möchte jetzt mal in den ersten Pfeil... Oh, der sieht schon genial aus, ne? Ein Riesenvieh. Ein Mountain King. Ich spreche das mal im Bolt. Ja, obwohl. Ah. Das ist ne Illusion. Das ist nicht immer wieder zu expandieren. Da ist der richtige Mountain King. Hau direkt meinen ersten Rifle-Mennung. Aber ansonsten haben wir ein Spiel dabei. Du zackst hier mit Paladin. Das ist ne Riesenroga da mit der Keule. Bäm. Gebt ihr was zu tun? Der geht gut ab. Da bin ich ja mal gespannt. So, es reicht aber ein paar Mal. Ich gucke mal, ob ich da beinahe kriegen kann. Um ihn in seiner Base zu schlagen kann. Ich habe noch meine Hilfe? Eigentlich noch zu wenig. Was ist? Und mein Ziel war es, wenn wir jetzt wegkriegen werden. Und das kann er jetzt nicht mehr verändern. Ich gucke mal Klaus auf Attack. Also mein Mountain King, der ist schon so ein bisschen Maschinen. Gucken wir mal, ob er den Creep schon gemacht hat. No, der Weifel nennt da immer ein bisschen nach. Arbeit ist vollbracht. Nun macht schon. Ihr braucht meine Hilfe. Vor allem habe ich so mit dem Ogan ein bisschen für den Fangs hier nicht in Aktion. Leben im Mountain King vorne drin. Da bin ich ja mal gespannt. Wir sind da zum Schocken. Ich kann es kaum erwarten. Oh, und es sind da schon. Da können wir ja erst mal so mit dem Schocken. Da fett, bis hier mich in Aktion sieht. Das ist das diesmal. Arbeit ist verbracht. Und der Premier ist ein Nights dabei. Also er hat voll durchgepricht auf C3. Keine Hilfe. Gebt ihr was zu tun? Arbeit ist vollbracht. Nun macht schon. Oh, das ist mein Oga. Nun macht schon Sachen. Das ist aber rausgekommen. Wir sind heute gesammelt. Gebt ihr was zu tun? Wir wollen amst. Ihr braucht keine Hilfe. Aber ich verbrauche. Forschung abgeschlossen. Na? Was ist das diesmal? Aber der kommt. Wahrscheinlich auch weg. Aber ich kann es kaum erwarten. Ich kann es kaum erwarten. Nicht genug, Warner. Wer, Arboid? Da bin ich ja mal gespannt. So, ich weiß nicht, ob er mein Handy gehört hat. Aber das ist unter garantiert, äh, garantiert der Flo. Er will nämlich auch mal runter, wenn ich nicht mehr zocken. Oh, da ist der riesen Oga wieder. Jawohl, mein Sock schicken. Dann gibt es die auch nochmal. Ich finde, die ist... Ich bin euer Schütze. Ihr braucht keine Hilfe. Ja, meine Echel. Da bin ich ja mal gespannt. Okay, Level 5, Archmage. Das ist jetzt Level 3, Worteilamente. Ich rieche Marke in der Luft. Nun macht schon. Ist jemand verletzt? Nein. Ich erwarte euren Befehl. Was für unsere Streikkräfte werden angegriffen. Ah. Das ist gerade noch recht zertig. Ich habe mich mal gespannt. Wartet, bis ihr mich in Aktion seht. Ich rieche die Zugehäden miteinander. Ich rieche die Zugehäden miteinander. Er hat jetzt auch den Archmage. Unsere Streikhälfte werden angegriffen. Nein. Aus dem Weg. Jetzt muss man in den Maul gekriegen, aber erstmal nicht fliegen. Ihr braucht meine Hilfe. Wartet, bis ihr mich in Aktion seht. Schnell. Noch mal sehen. Kann ich wieder blocken? Kann ich wieder blocken? Forschung abgeschlossen. Soweit ist unsere Streikkräfte werden angegriffen. Ihr braucht meine Hilfe. Hebt ihr was zu tun? Ja. Sein Mond ging dreht uns. Bis ihr mich in Aktion seht. Ja, bin ich ja mal gespannt. Die Bluthelfen warten. Na, kommt da rein. Ne. Das Wort wird raus. Was ist denn diesmal? Und dafür habe ich noch zwei Einheiten gekriegt. Jetzt gehe ich mal runter zu seiner Mine. Denn meine ist ziemlich sicher. Ich lebe, um allen Gläubigen zu dienen. Das Spiel dominiere ich im Moment auch. Wenn auch nur leicht. Aber ihr kennt das schon. Wenn ich es jetzt schaffe, seine Mine auch nicht zu besetzen, dann ist das Game gelaufen. Was ist das diesmal? Ich habe keine Angst. Gebt mir was zu tun. Nun macht schon. Ah, mein Paladin auch da. Ja, genau rechtzeitig. Gebt mir was zu tun? Ihr braucht meine Hilfe? Sag das Zauberwort. Ja, wo wollt ihr denn? Schön hier bleiben. Nun macht schon. Ich komme, um dieses Land zu läutern. Sag das Zauberwort. Ich habe jetzt auch schon richtig viel Gold. Ist jemand verletzt? Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Was ist das wichtig? Ich komme, um dieses Land zu läutern. Also wenn ich ja den nächsten Kampf gut überstehe, dann sollte es das gewesen sein. Ah, guckt mal auf ein Minimap. Er ist oben bei mir. Unsere Stadt wird belagert. Ja, bin ich ja mal gespannt. Na gut. Da, fort ich. Ja, mein Lord, arbeite schon viel. Ich komme, um dieses Land zu läutern. Warte, bis ihr mich in Aktion seht. Ich gehe aber mit meinen ganzen Ami wieder runter. Nur schnell mit dem ArcMatch mein neues Townportal kaufen. Was ist? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Das Inventar ist voll. Da bin ich ja mal gespannt. Mehr Arbeit? Nun macht schon. Unsere Goldmine gibt nicht mehr viel mehr. Gebt mir was zu tun? Was klotzt denn so? Ja, mein Freund. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich dürste nach Magie. Ihr bleibt mir in Gefahr. Ich kann es kaum erwarten. Oh, nicht mal in die Klobe. Waffe, halt jetzt. Na, der Neid wird wegwerben. Ja, mein Freund. Und jetzt mal der Polofotus auf den Mon. Ich gehe. Und er geht raus. Und da geht er raus. Ja, meine lieben Zuschauer. Runde gewonnen. Und ich hoffe, euch hat das Game gefallen. Und ich sage mal, bis zum nächsten Game. Euer Ram. Tschüss. Pffft. Pf摩. Pfie rein. Pfie rein. Untertitelung des ZDF, 2020